Ja, moin moin zusammen. Wir spielen Creativerse. Mit dabei ist der Koya. Juhu. Noch. Und ich stehe so am Rande des Abgrunds und der Koya lebt noch so gerade eben. Also wir machen hier gerade ganz viel Blödsinn, wie immer. Genau. Aber lustigen Blödsinn. Ich setze meine Erkundungstour fort vom letzten Mal, wenn immer noch auf der Suche nach einer ominösen großen Höhle. Und der Sunny hat, wie ich mittlerweile erfahren habe und wie man es auch von hier sieht, ich sehe dich. Wie es mich? Eine Leiter gebaut vom Wasser hoch, wieder zum Sprungbrett. Durchaus praktisch. Da denkt jemand, ah hier ist eine Höhle, 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 Höhle. Da denkt jemand, ah hier ist eine Höhle. Und du denkst von zwölf bis Mittag. Au, was? Wer? Was? Ich werde angegriffen, ich sehe nichts. Ein unsichtbares Vieh greift mich an. Ausloggen. Das ist ganz schlecht gerade. Siehst du was? Ich sehe dich nicht mal. Ja, ich komme jetzt ins Haus. Vielleicht siehst du das und kannst es töten. Ich sehe es auch nicht. Jetzt greift mich auch nichts mehr an gerade. Ja. Ein Schweinchen war es. Gut. Okay, danke schön. Bitteschön. So, jetzt finde ich die Höhle doch im Leben nicht mehr. Auch in die andere Richtung gerannt, ist mir gerade aufgefallen. Wofür wollte ich denn jetzt Wood Slabs haben? Kannst du mir mal verraten, wofür ich die haben wollte? Ich weiß, ich wollte irgendwas craften, aber ich habe keine Ahnung was. Äh, Wood Slabs, äh, Holzblöcke vielleicht. Ich weiß nicht, wofür wir die jetzt sonst... Verdammt, wo war jetzt diese... Ich werde schon wieder von einem unsichtbaren Schwein angegriffen. Was geht denn hier ab? Was kannst du eigentlich? Von unsichtbaren Schweinen angegriffen werden. Scheinbar. Oh, bist du. Könntest du mir nochmal ein Schwein... Äh, ich... Ja, ja. Hilfe. Hilfe. Ist da eins? Es gibt es ja nicht. Äh, war eins. Es gibt es ja nicht. Ich sehe es auch nicht mehr. Ach, jetzt ist es bei dir auch weg. Ich höre es trapsen. Nachtigall, ich höre dir trapsen, aber... Da ist es. Huhn. Was? Huhn? Huhn. Böses Huhn. Aber Huhn hat braune Mushrooms. Hat dafür aber Damage wie blöd gemacht. Scheiß Huhn. Also ich glaube jetzt bei diesen ganzen unsichtbaren Viechern... Ich probiere es jetzt noch einmal zu dieser Höhle zu kommen. B.S. Die Türen sind nicht hoch genug. So, ich versuche jetzt... Was wollte ich jetzt? Du hast... Du bringst mich hier die ganze Zeit voll aus dem Konzept. Selbst schuld. Haben wir rote Pigmentflecken? So sechs Stück? Du musst auch das roten Flower machen. Das könntest du... Genau, wir haben nicht viele rote Flowers. Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Wie kann man das denn machen? Im Prozessor? Geht das? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich... Keine Ahnung. Ich habe es noch nie... ...probiert. Was ist da denn? Einen farblichen Block als Klotz unter der Lampe oder einen Holz... ...einen holzähnlichen Block? Äh, warte mal kurz. Bin hier gerade... Inventory ist wohl auch was. Ähm... Also farbig weiß ich jetzt nicht. Oder lieber einen aus... ...aus geschredderten Blättern. So... So, äh... ...feulmäßig. Feulwand. Kann man vielleicht... ...was... ...neutrales Weißes oder irgend sowas? So, vielleicht... Weiß... Weiß geht auch. Irgendwie so. Ich meine, probiere ein bisschen was aus. Du kannst dir einfach mal ein paar Blöcke herstellen, gucken, was gut aussieht. Schön wäre es natürlich, wenn mal irgendwas schlank ist. Also, was nicht so ein voll... ...nicht so eine volle Blockbreite hat, ne? Ja, ich gucke gerade, ob ich das finde. Dass man so einen Laternenpfahl basteln kann, weißt du? So, das... Das wäre eigentlich schon schön. Ich könnte ein wooden Table in die Ecke setzen. Das war unpraktisch. Ey. Gehört? Ja, ein wooden Table... Ey, sag mal. Komm, ich nehme mal aus. Ähm... ...wooden Table weiß ich nicht, ob die... ...ob das wirkt. Mal gucken. Ich baue mal einen wooden Table. Ich meine, ich hatte die mal gesehen schon... ...die sind dann doch eher... ...globig groß. Okay, also die Höhle kann eine Menge. Ja? Ja, ja. Ja, ja, heißt... ...leck mich am Arsch! Ja, sowas ähnliches. Ach, fuu! Der da jetzt mal ein bisschen Dreck. Land mache ich auch mal aus dem Übel da raus. Ich brauche meine Fackeln wieder mit. Wenn hier nichts ist. Ich brauche doch noch mal ein Scheiß selbst hier. Wo ist denn... ...der wooden Table hin? Da ist der wooden Table. Was baue ich denn nochmal? Äh, ich baue nochmal ein... ...so ein weißes Ding hier. Brauche ich noch ein Stone Rod für. Wo ist denn der Levy hin, den ich gerade weggeklöppelt habe? Welcher ist er? Keine Ahnung. Welcher ist er? Welch? Welch? Oh ne, mit einem wooden Table sieht das ganz kacke aus, glaube ich. Ja, ich denke auch. Der ist höher. Der ist höher, das ist das Problem. Sind ein bisschen größer, die diese Items. Was war denn dann mal? Oh, oh, oh. Höhle. Höhle, oh. Großes, großes Höhle. Hast du Kohle? Nein. Noch immer nicht. Ich habe Kohle mit. Ja, das ist... ...komm ich auch immer gesagt, wenn ich Monsters Haus verlasse. Hm. Ich sag jetzt nichts. Und kriege ich wieder eins über den Deckel. Und das vermutlich völlig zu Recht. Ich denke auch. Deswegen sag ich nichts. Tja. Mir ist gerade aufgefallen, du hättest dir auch Bomben mitnehmen können. Bomben? Ich habe noch TNT dabei. Vier Stück. TNT. TNT. Lassen wir das. Oh, ja. Die Bühne könnte was werden. Wir können nämlich noch auch Bomben bauen. Ist gar kein Problem. Wir haben auch Gunpowder da. Mhm. Ja. War gar nicht so doof, die Idee, ne? Lasse, lasse. Bleibst du. Du Arsch. Arschkrebs. Ey du, ich höre deine Maus. Das ist komisch. Kommt der da auf einmal hoch? Dann drängst du ihn. Auf einmal wird's goeier hektisch. Quatsch. Niemals. Arschkrebs echt jetzt. Wäre ich? Nee, Arschkrebs. So, Arschkrebs. Ich hätte Arschkeks verstanden. Arschkeks, ja, auch möglich. Hätte ich mir bei dir auch vorstellen können. Ja. So, was haben wir da oben? Dinger, gefallen tut mir das noch nicht, aber ist es mir jetzt egal. Kohle. Kohle ist gut, weil da brauche ich ganz viel von. Und, ja, aber nicht nur du. Die, äh, die ganzen, die ganzen Lampenbrauenkohle. Ja, deswegen sag ich, brauche ich zwölf Stück. Ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Ja, schon wieder lustige Geräusche. Lustige, lustige Geräusche. Oh Mann, was ist das denn für ein Vieh? Ey, das ist roter Teppich. Alter, soll ich da jetzt hin? Hier ist so ein Vieh mit lauter Augen, weißt du, dieses, was nur aus Augen besteht, dieses. Oh, ne Kiste, ne grüne Kiste. Oh, ne tiefe Höhle. Alter, ich glaube, ich werde hier jetzt sterben. Zwei große Kisten. Magst du dich mal zu mir porten mit viel Ausrüstung? Die Platz im Lagerhaus, meinst du? Im Inventar, oder was? Na, mit ner guten Ausrüstung halt. Ja, Obsidian-Schwert kann ich anbieten. Vielleicht ein bisschen Rüstung halt. Ich meine, ich kann es auch allein probieren. Ich habe auch nur die Lederrüstung. Man wünscht sich. Inventory ist voll. Äh, 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 äh. Kann die... Weins haben wir noch in Massen, oder? Ja, ich kann das Obsidian-Schwert nicht nutzen. Auch gut. Auch nicht schlecht. Warum das denn? Weiß ich nicht. Geht auf jeden Fall nicht. Wartet hier halt nicht auf Wood Slaps? Oh, ne, nicht E, sondern F. Wood Slap. Ach so, da war nur noch ne Treppe drin. Na, super. Ja, äh. Alter, hier ist ein Zoo. Da ist ein Zoo. Moment, das machen wir mal anders. So, so. So, jetzt baue ich, äh, Wooden Stairs. Weil wir brauchen ja, ne? Ganz paar davon. Oh, ich habe keine, äh, Bulldof. Ich kann jetzt erst Stone Stairs herstellen. Ich glaube, dieses Spiel will mich verarschen. Au. Ich mache das jetzt vielleicht ein bisschen unlauterer Wettbewerb, was ich hier gerade mache. Aber ich, äh... Was machst du denn da? Naja, ich begebe mich in eine Position, in der ich die, aber nicht die mich schlagen können. Oder nur die, zumindest mich, nur sehr eingeschränkt, sag ich mal. Ah, okay. Und, ähm, das mag vielleicht der ein oder andere nicht gut heißen. Meine Gesundheit allerdings findet das toll. Komisch. Nein. Nein. Jetzt kann es doch hoch. Nein, 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 nein. Ich bin gerade um einer Treppenkonstruktion hier, wo wir hier oben gehen. Was war das denn? Was machst du da? Ich bin geblendet worden gerade irgendwie. Ich habe nichts mehr gesehen. Och, ich sauf Tränke. Das ist mein Hobby. Link, äh, nach dem Plan. So, ich habe sie alle tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah, ich bin hier Massenmörder. Ist ja nichts Neues. Boah, Alter, Finder, das war echt hart. Das war echt hart. Und hier sind... Also die Höhle ist riesig. Die ist mega. Die ist echt mega. Die müssen wir unbedingt zusammen weiter erkunden. Okay, dann komme ich gleich mal zu dir. Was brauchen wir denn, um... Ähm, so einen Teleporter, so einen, weißt du schon, Teleporter zu bauen? Da kann man doch auch so manuelle... Ja, warte, ich gucke schnell nach. Ich war gerade in einer, äh... Bei mir sieht man gerade nicht viel. Ich stehe am, äh... Ich meine da im Magnetite. Magnetite, Obsidian Slabs und Stone Rods. Aber Magnetite hatten wir doch eigentlich schon. Ja, haben wir. Magnetite haben wir. Hm. Dann fehlt nur noch Obsidian. Bring ich mit. Hab ich dabei. Das ist gut. Und das nicht mal mehr wenig. Oh, das ist auch gut. Dann können wir nämlich auch eventuell eine Rüstung herstellen. Warum fange ich mit der Treppe nicht eigentlich unten an? Alter, was ich ja alles loote. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das... Oh, Mann. Was das alles ist teilweise. Oh, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich weiß mittlerweile schon nicht mehr... Kann man eigentlich die Kisten abbauen? Nee, schade. Nee, ich glaube nicht. Was hast du gemacht? Nichts, aber diese Kisten respawnen glaube ich schneller als... Als uns lieb ist. Ja, ich weiß. Ich... Äh... Ich weiß schon langsam nicht mehr, was ich wegwerfen soll. Ich höre Krabbenlaut. Krabbenlaut. Ist komisch, weil Krabben können normalerweise fliegen. Ja, ich höre Krabbenlaufen. Ja, Krabbenlaufen. Also... Junge. Echt jetzt. Ja, aber komm, ein besserer Spruch. Das wäre da jetzt gerade wirklich nicht so eingefallen. Das wäre da jetzt gerade wirklich nicht so eingefallen. Weißt du... Was hat er denn? Ein volles Inventar und ich weiß nicht, was ich... Looten soll und was ich fallen lassen soll. Das ist wohl doof. Decorative Stone Floor. Komm, den kann ich wenigstens noch einlesen. Die Yellow Dope Wall, die kann ich nicht einlesen. Den muss ich dir geben. Warum? TNT. Ah ja, damit du es dann einlesen kannst. So, ja, okay. So, und... Was schmeiße ich weg? Unsere Treppe wird ein bisschen überdimensional. Ist das schlimm? Kann ich eigentlich was in die Kisten reinschmeißen? Nee, geht nicht. Ich kriege die nicht angezeigt, so. Ja, also so riesig sollte die Treppe jetzt eigentlich nicht sein. Ups. Woopala. Ach komm, Wood Wall. Scheiß auf die Wood Wall. Hat hervorragend geklappt. Mit dem. Nicht so riesig sein. Hat super geklappt. Was ist das denn? Some days have different corners. Hm. Chunk Data Chip. Keine Ahnung, was das ist mit diesen Dingern. Mit diesen... Ich auch nicht, das weiß ich auch nicht. Ich bin mal gespannt. Du bringst mich um, ey. Bei der Treppe. Ich glaube, ich muss die nochmal wieder. Aber... War ich nicht, war ich nicht. Nö, 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 nö. Das ist Wahnsinn, was hier in dieser Höhle noch. Wie groß die ist. Oh, extrem. Ich muss mal zumachen. Jetzt fallen wir da runter nachher noch. Ja, ist enorm. Okay. Die ist... Die ist... Also ich glaube, da... Können wir lange drin verbrennen bringen. Verbrennen? Verbrennen können wir da auch lange drin. Vor allem muss ich erstmal wieder rausfinden. Ne, das war auch noch die falsche Richtung, ich Idiot. Weißt du? Dann baue ich eine Treppe und setze die noch in die falsche Richtung. Ich frage mich gerade, wo die Kohle eigentlich war, die ich vorhin ja gebaut habe. Hier ist jetzt der Ausgang. Dann mache ich hier rein. Und wo war die Kohle? Und die Kohle wollte ich ja schon noch mitbringen. Ja, bitte. Hast du mir ja aufgetragen. Bring Kohle mit. Ja. Ja. Aber wenn du es nicht tust, werde ich böse. Das könnte es sein. Oder war das jetzt gerade... Ne, das war gerade mein Mining-Extrekt. Da oben, da steckt die. Da steckt die Kohle. Oh, Kohle. Leider nur sechs, ne? Das macht auch nichts. Ich kann mich auf jeden Fall schon mal zwei Lampen herstellen. So, meinen Teleporter lasse ich mal hier. Ja, meiner steht ja noch hier. Ja, ja. Und zu dem komme ich jetzt auch. Und dann schauen wir mal, ob wir hier so einen manuellen... Also, was soll ich sagen? So einen extra Teleporter quasi da bauen können. Ja, dafür brauchen wir halt Obsidianen in Massen. Ich habe so meine Probleme mit der Wand. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt werde ich dich erst mal umbringen wegen der Treppe. Die ist ein bisschen groß geraten. Die sieht vor allem ein bisschen falsch aus. Warum? Die stehen ja vor den Fenstern. Ja, aber da muss ich... Dann kann ich keine Wendeltreppe machen. Ja, und vor allen Dingen muss man hier springen. Ja, da habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie man das wegkriegt. Darf ich die bauen? Ja, mach mal. Okay, dann machen wir das später. So, jetzt brauchen wir erst mal Kisten und zwar massig. Kisten? Soll ich mal nochmal gucken, was eine Kiste braucht? Ich bin gerade schon dabei. Was braucht man da? Na, Wooden Chest. Bienenwachs. Ja, Wooden will ich mal ausnahmsweise nicht. Was braucht man für eine Stone Chest? Slap? Da brauchen wir doch alles. Das ist überhaupt kein Thema. Wood Slap, Stone Slap, Stone Rod. Hast du noch Stone Slaps? Weil in mir fehlen nur Stone Slaps. Ich habe Stone jedenfalls. Da kann ich dir... Bestimmt habe ich irgendwo Stone. Da habe ich Stone, ja. Ich schmeiß dir Stone in die... Und bau einfach mal zwei, drei Stück davon. Ja, mach mal. Dann können wir mal sortieren. Äh... Ich oder du? Äh, schmeiß... Mach mal... Ich schmeiß in den Prozessor einfach mal Stone Slaps rein, bitte. So, in den Prozessor. Ja, okay. Ähm... Will jetzt nicht mehr, Sekunde. So, jetzt. Prozessor, Stone Slaps. Dankeschön. Dankeschön. Hast du eine Tür noch wieder zu? Nee, muss man mal lüften hier. So stickig. Ist so stickig. Ah, so der Teleporter braucht Magnetite. Da habe ich drei Stück von. Obsidian Slap. Obsidian Slap. Sechs Stück. Du brauch... Du musst erst ein Obsidian Ohr rausmachen. Und aus deinem Obsidian Ohr kannst du ja wieder Slaps machen. Nee, Quatsch. Aus Ohr nicht aus. Dem normalen Obsidian. So. Wo... Wo mache ich denn Obsidian Slaps? Im... Im Prozessor? Nee, du machst erst mal hier Ohr raus. Aus... Aus... In der Ohr ist ja die... Ist ja die... Mach ich Ingels draus. Genau, Ingels heißen die Dinger. Ja, Obsidian heißt ganz normal sogar nur. Ja. Und danach machst du dann, ne? Wie Truhen soll ich denn bauen? Bei? Mach mal drei Stück. Mach mal drei Stück. Die bauen wir hier an die andere Wand am besten. Hast du noch ein Stone Rod gerade da? Hm, nee, aber kann ich dir einen Prozessor schmeißen. Ja, ich kann auch. Ich habe auch noch Stone, habe ich gerade gesehen. Da sind drin. Braucht doch nicht so viele. Ja, was mal übrig, haben wir mal übrig. Dann können wir nämlich mal ein bisschen... Dann baue ich noch mal ein paar Schilder. Hast du die Kommentare schon gesehen? Inwiefern jetzt? Für Zwecksvorschläge für den Namen des Hauses. Sind unter der letzten Folge bei dir. Ja, doch, ja, habe ich gesehen. Ja, 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 stimmt. Waren ein paar lustige Vorschläge dabei. Ähm, was war es? Ähm, ähm, das eine... Ah, glaube ich, ich komme jetzt drauf. Das eine war ja einfach Haus am See, so quasi wie die Folge auch hieß. Am Ende der Straße liegt ein Haus am See. Können wir auch frei nach dem Song gehen. Mal gucken. Mal gucken. So, ich habe jetzt drei Chests an die andere Wand hier, so an die hier, so. Ja, auch einfach irgendwo erst mal hin. Die müssen wir wahrscheinlich später eh nochmal umräumen. Ja, was packen wir denn da rein jetzt? Ach da. Oha, Entschuldigung. Gesundheit. Yo, Entschuldigung. So, das brauchen wir, dann brauchen wir Woodrods. Hast du Woodrods? Hier in der Kiste, wo ich gerade vorstehe. Hier sind noch vier Stück drin. Okay, dann nehme ich die da wieder raus, weil die vermöllen nur das ganze Inventar. Oh, nee, warte mal fürs sein. Ich brauche noch Woodslaps. Hast du Woodslaps schon? Äh, äh, ja, wie viele brauchst du? Äh, so viele wie darfst du. So einfach mal in die Kiste rein. Neun. Jo. Tu halt rin. Hier in der ersten Kiste. Mhm. In der ersten Steinkiste. Ich entmülle gerade ein bisschen mein Inventar. Soll ich den, äh, Dingens gleich mal... Mit rausschmeißen. Äh, ja, warte. Den, 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 den. Warum mal aushöhlen? Ich sehe keine Woodslaps. Du hast Wood rein. Hier in der ersten... In der ersten... Ach, in der neuen Kiste. Kann ich ja nicht ahnen. Ich würde es gerne mal sortieren. Also eine Kiste Holz, eine Kiste Stein, eine Kiste, weißt du, dass wir da nicht so... Dann machen wir hier Stein drin. Der Kiste. Aber hier ist viel, schon ein bisschen Stein drin. Ja, das ist... Welche... Ist wurscht. Ich will gerade nämlich ein paar Schilder bauen und dann schreibt mal drüber, was was ist. Ach so, ja. Das war so meine Intention. Dann mache ich hier aus der einen, aus der ganz rechten, mache ich eine Holzkiste, ne? Alles, was mit Holz zu tun hat. Gerne. Ufe, nein, Eis. Dann einfach eine Kiste Holz, eine Kiste Stein und eine vielleicht, äh... Wrap. Ja, ne, vielleicht hier Erze, Kohle und sowas. Ach so, ja. Und dann machen wir hier in die Holzkisten den ganzen Loot. Und also alles, was du von den Viechern so rausbekommst. Ah, okay, ja. Knochenleder, Gedöns und so. Ja. 2-1 ist da... Ist 2-1, äh, Holz? Weil das kommt ja von Wines. Und Wines ist ja eigentlich kein Holz, oder? Ja, würde ich mal dazu... Würde ich mal dazu packen. Gut. Wenn es passt. Ansonsten nehmen wir sowas halt wieder raus. Ja. So. Also links war Holz, oder wie? Ganz rechts war Holz und ganz links ist Stein. Hans links war Holz, äh, rechts war Holz. Okay, machen wir das mal so. Libi loves you. So, und in der Mitte, was machen wir da? Was hat man da gesagt? Ach, Erze. Erze, genau. Ähm, Erz... Erz... Kohle... Äh, ETC. Äh, ETC. Mach ich da, packe ich da gleich auch das Eis mit rein, ne? Ähm, ähm... So. Mach mal mit den Data Chips und so. Data Chips, ich weiß gar nicht, ich probier die grad mal, kann man die einlesen, die Bücher? Moment, ich zieh die mal rüber auf den Charakter. Du hast da noch nix drauf geschrieben auf die, ne? Schilder? Äh, doch. Äh? Doch. Äh. Links steht Stein, rechts steht Holz und in der Mitte steht Erzkohle, ETC. Bei mir steht's nicht. Bei dem Schild steht Loot. Ne, bei mir steht da nix drauf. Na, dann nach dem nächsten Login wird's bei dir auch stehen. Also, wenn ich's anwähle, schon. Also, wenn ich F drücke. Oh ja. Interessant. Loot. Ähm, ja, was packen wir denn da? Da hinten musst du, wo war Stein? Ganz links, ne? Ja. So, ich hab' auf jeden Fall wieder Platz im Inventer. Halt, das mal Loot. Das aber nicht. Kann dieses dämliche Obsidian-Schwert nicht wählen. Aber? Okay. Rest, ne? Äh, du leckst gerade ganz gewaltig. Aber du hast auch gerade geleckt. Okay, ich hoffe nicht, dass unser TS-Server gerade abschmiert. Auf jeden Fall sind wir schon wieder durch mit unserer Folge. Ernsthaft? Ja, wir sind schon wieder bei, äh, 28 Minuten gleich. Ach, Mann, Mann, Mann. Guck doch nicht immer so genau. Das war Zufall gerade. Ich hab echt per Zufall geguckt. Hier in der rechten Loot-Kiste liegt ein Buch. Das kannst du dir nehmen und dann nimmst du es aus dem Inventar und ziehst es auf deinen Charakter. Wie eine Waffe quasi. Äh, wo geh ich denn gerade hin? Hier, da, da. In der rechten? Ja. In der rechten Holzkiste, genau. Ich baue ich den Obsidian-Slabs? Im Prozessor oder was? Ah ja, im Prozessor. Ja, das war doch klar. Nicht genau. So, und dann habe ich die Obsidian-Slabs. Ah, warte mal, wie viel brauchen wir denn Obsidian-Slabs? Für einen Teleporter brauchen wir sechs, das heißt, wir müssen zwölf von den Dingern herstellen. Na gut, dann eins, zwei, drei. Wie viel gibt ein Obsidian an Slabs? Zwei? Zwei, ja. Dann brauchst du nur drei herstellen. Ne, ich brauche ja zwölf. Einen Teleporter hin, einen Teleporter zurück. Die korrespondieren miteinander. Du musst dann einen Code einstellen und brauchst einen Empfänger-Teleporter und einen Sender sozusagen. Okay, ja, dann brauchst du insgesamt sechs Obsidian. So ist es. Äh, was brauchen wir noch? Magnetite habe ich genug und Stone Rods brauche ich noch. Der ist doch... Stone Rods mit TZ-Bedehnten. Stone Rods haben wir auch. Stone Rods. Ah, ich kann Burning Lambs herstellen. Mach ich gerade mal zwei, ja? Was möchtest du herstellen? Burning Lambs? Die Lampen. Stell ich gerade mal zwei her. Ja, packst du mir die dann in die Kiste? Ich will dir da unsere Terrasse vollenden. Äh, es gibt immer zwei Stück. Das ist gut. Oh, ich glaube hier, wir müssen echt mal eine Pause machen. Der Sunny ist gerade gar nicht zu hören. Ah, du jetzt wieder. Ne, ne. Hast du es jetzt hergestellt oder nicht? Ja, ja, Moment, 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 Moment. Ich bin auch... Noch einmal. So. Wie sieht es denn aus da draußen überhaupt? Komisch. Wo draußen? Hier sieht es komisch aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, du wolltest da irgendwelche Teile reinhaben. Aber doch nicht hier mittendrin. Ja, das habe ich nur aus Symmetriegründen gemacht. Und wo ist die Symmetrie? Hast du gerade so praktisch. Könnt man höchstens hier auch noch ein Tor machen. Aber irgendwie... Das sind zwei Tore, ne? Das sind zwei, ne? Einmal für die Leiter und einmal für... Also bei mir ist da ein Zaun. Nein, das ist ein Tor. Da kannst du dich vorstellen und rechtsklick öffnen drücken. Manfred. Bei dem ja. Da rechts ist ein Zaun bei mir. Da hast du gerade ein paar Mal auf und zu gemacht. Nö, bei mir nicht. Da ist ein Zaun. Ist nett. Kann man machen. Ja. Mach der einfach die Tür zu. Ich glaube, ne? Ja. Wir machen dann eine Pause. Und die Laternenbeleuchtung gedöhnt. Machen wir dann in der nächsten Folge. Und vor allen Dingen die Telebrote. Und die Treppe hier. Also das ist ja... Sonny! Das war ein Versuch einer Treppe. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.